Ich kann mich in Mainz ganz gut erinnern, weil das war nämlich damals anders. Damals war es so, ich glaube, da sind sieben oder acht Leute gesessen und das war so richtige U-Form, die da aufgebaut war und ich bin am anderen Ende von der U gesessen. Sie haben mich auch viele Sachen gefragt, was haben wir bei der FH schon so gemacht. Also einfach, dass man ein wenig weiß, ein wenig Input, was man dann auch im Praktikum machen kann. Ich habe mir natürlich die ganzen Kennzahlen von der Firma angeschaut, was gegründet worden ist, wie viele Mitarbeiter das hat, was sie im Endeffekt machen. Ich bin dann da einfach reingegangen und dann hat es für mich geschreckt. Ich habe gesagt, dass ich da sechs oder sieben oder sieben gesessen habe. Und dann ist das aber mit den Fragen, die gekommen sind. Die haben sich dann wieder auf den Test bezogen und auch generell, warum will ich das machen. Ich habe mich schon erkundigt über den Beruf. Natürlich haben mich die einiges gefragt, was ich gemacht habe von ihr und was ich mir jetzt vorstelle von dem Beruf und wie ich mir denke, dass ich das machen kann. Ich habe damals eigentlich eher leger, also keinen Hosenanzug, nur eine Stoffhose, eine Bleu und eine weiße Bluse. Ich glaube, das läuft jetzt besser ab. Jetzt ist das ein bisschen durch das Gelände familiärer und es ist lockerer als damals.